So, wir sind fast überall gewesen. Es sind nur zwei Stationen übrig. Hier wollen wir jetzt hin. Dann geht es ab. Nach hier unten. Das ist dann die letzte. Ich hoffe, wir finden, was wir suchen. Erstaunlich, wenn all diese Dinge existieren. Okay, und los. Nick, das wird was. Versuche ich mal hier durch. Aha. Ah, ist das eine Falle? Hm, wir waren krach, oder? Wir haben hier, wir waren krach, oder? Komm, wir haben 2. Oh 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 Mein Doktor Warum bist du hier draußen? Warum bist du hier draußen? Gut, mein Doktor Es tut mir leid Was hast du hier draußen gemacht? Ich kann mir schon denken, was du hier gemacht hast Natürlich hat es dich das Geld nicht kostet Ich hoffe, du hast die meisten von ihnen hier auseinander genommen bevor sie sich hier redet haben Ja gut Gehen wir hier rein Mal gucken, was hier los ist Was habe ich denn Ich bin 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 Was? Hey! Wer ist das? Hm. Es ist sicher wie es aussieht. Okay. Dann haben wir die Reise. Was war das? Psst! Das habe ich. Grip auf dich. Oh! Shush! Hear that? Das ist es. Ich versuche, ich muss schlafen. Es war ein helles Verzweig. Das ist ein Verzweig. Das ist ein Verzweig. Ja. Das ist kein Verzweig. Das ist ein Verzweig. Hier und schüt. Hey, ich glaube jemanden ist da. Hm hm. Oh! Oh, jemand kommt. Oh, run! I'm playing my town. I think they skipped town. Keep your eyes open. I think this asshole's using a stealth void. There you are, you little bastard. Nice. Nice. I got it fast before I loaded. Yes. There are still some. Hey, how are they on the sea? Hey. And they don't take me seriously. Well. Yes, exactly. I'm here. All these things speak for themselves. Tell me we don't need to find something in here. Because that may take a while. No, I think so. That's not all. Soll ich den Trämmel mal, hm? Jennifer Lenz jetzt weiß ich auch warum Nick Jennifer Lenz ok hey ich will sehen was ich tun kann Nick wie sind wir auf der Hunde für Eddie's Tape ja ich bespreche ihn mal besser nicht darauf an still searching for them just let me know when you manage to get your hands on them yes so ein Schloss so ein expertenschloss ist so gut so gut erhalten dass man das fast in der Vergangenheit dankeschön Nick das mache ich schon ok ok das möchte ich noch ok 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 das ist Okay. Na, gibt es hier noch Überraschungen, sind auf jeden Fall noch ein paar Raider da, aber wo sind die? Nichts weiter. Nichts war das. Okay, dann haben wir euch ja gefunden. Wenn Nick sagt, das waren die Letzten, dann waren es wohl die Letzten. Talked about like dust. So, hierfür. Hmm. 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 Ich will dich gar nicht haben, so. Das war's, ne? Ja. So, da unten müsste etwas sein. Das war's, ne? Okay. Das war's, ne? Das war's. 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 die Hoffnung aufgegeben. Hier ist der Ausgang. Und jetzt muss ich aufpassen, dass hier draußen kann. Hier ist alles in Ordnung. Ich werde mal schauen, dass wir dorthin gehen, weil da geht es Richtung Banker Hill, da wirst du richtig sein, du Siedler. Sind hier immer noch Mutanten? Ich glaube, wir gehen besser woanders lang, hm? Alles gar nicht so einfach. Hier. Hm. Ich hoffe mal, unser Siedler ist mitgekommen, hm? Ich reise erst mal. Ich höre es mit. Verneut? Verneut! Verneut! Na, da! Ja, ja. Weil wir jetzt bei uns sind. Ja, da! Ah, ha. Es fehlt nur noch eine. Alles in Ordnung? Okay, mein Freund, dann lass uns los. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung?